Nach der Verlängerung des Lockdowns haben mehrere Städte und Gemeinden in der Region Neckaralp angekündigt, die Notbetreuung in den Schulen und Kindertagesstätten ebenfalls zu verlängern. Das gilt für Kinder in Kindertagesstätten und Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse. Diejenigen, die durch ihre berufliche Tätigkeit ihre Kinder nicht selbst betreuen können, könnten die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Die Vertreter der Städte und Gemeinden bitten allerdings darum, das Angebot nur zu nutzen, wenn eine Notbetreuung wirklich notwendig ist. Die Vertreter der Städte und Gemeinden